Hallo Kackbratzen! Feuille den Fuchs Fuchs Ich bin ein wahnsinnig großer Fan der Werke von H.P. Lovecraft. Sein kosmischer Horror setzt einem schon nach kurzer Zeit zu und zieht uns in einen abscheulichen Abgrund aus Terror, aus dem es kein Entkommen gibt. Mit Recht ist Lovecraft der Vater des modernen Horror, der Grundlage für unzählige viele Filme und Videospiele ist. Ein weiteres Genie in Sachen Horror ist definitiv der sympathische Janji Ito, der es mit ein wenig schwarzer Tinte schafft, Abscheulichkeiten aufs Papier zu bringen, auf die ein normaler Verstand niemals kommen würde. Es ist die perfekte Mischung aus Body-Horror und absurden Geschichten, die nachhaltig den Verstand schädigen und man wird auch lange daran zu knabbern haben. Was hab ich mich damals auf die Netflix-Serie gefreut, aber wie sehr wurde ich enttäuscht. Die perfekten Federstriche der Mangas verlieren komplett ihre Wirkung, womit die Serie einfach nur billig produziert wirkt, was eine unglaubliche Schande ist. Wenn man schon einen Film sehen möchte, dann sollte man sich nach Uzumaki aus dem Jahr 2000 umsehen. Gut, wie wäre es nun, wenn man den kosmischen Horror Lovecrafts und den absolut schauderhaften Body-Horror eines Janji Ito in einen Topf wirft, dreimal kräftig umrührt und die dunkelschwarze Brühe, die euch beim Anblick des Strudels, während ihr noch beim Umrühren seid, euch packt, beinahe hypnotisiert. Während die Zeit um euch herum quasi stillzustehen scheint, läuft ihr Gefahr, dass die pechschwarze Suppe langsam aber stetig immer mehr von eurer Seele verdaut. Und, und, da hab ich jetzt gerade selbst irgendwie den Faden verloren. Sorry, aber um es kurz zu machen. Wie wäre so ein Spiel, das das Beste aus Lovecraft und Janji Ito vereint? Wäre das nicht wunderwunderzauberhaft schön? Und ihr habt Glück, denn mit World of Horror werden all eure Wünsche wahr. Das vom polnischen Entwickler Pawel Kosminski fabrizierte Grauen wurde 2023 für PC, Mac und alle gängigen Videospielsysteme veröffentlicht, wobei es den ersten Auftritt als Early Access Titel bereits im Jahr 2020 feierte. Was übrigens auch ziemlich lustig ist, ist, dass Pawel eigentlich Zahnarzt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Beruf einen prädestiniert dazu macht, um Horrorspiele zu entwickeln, aber scheinbar ging die Rechnung zu 100% auf. Noch viel lustiger ist aber, dass er für die Erstellung der Pixelkunst nicht etwa Photoshop oder irgendein anderes hochpreisiges Pixelschubser-Programm benutzte, sondern Microsoft Paint, da es sich seiner Meinung nach perfekt eignet, um beschissene Grafiken zusammenzuklöppeln. Auf der anderen Seite zwangen ihn die Limitierung des Programms damit auch gewissermaßen kreativ umzugehen und die scheinbar wild auf dem Monitor gesetzten Pixel ergeben am Ende tatsächlich die perfekten Federstriche Ethos wieder, wenn auch in einer sehr kruden Art und Weise. Um der hübsch-hässlichen Grafik nun den perfekten Rahmen zu verpassen, verpackte Pawel alles in die Illusion eines PCs Mitte der 80er Jahre, der nur schwerfällig bootet und dem Spieler dann wahlweise ein oder zwei Bit-Grafiken entgegenkotzt, die man auf Wunsch noch mit einer streng limitierten Farbpalette aufbrezeln kann. Und sehr schwermütig erinnert man sich an die guten alten Zeiten zurück, als ein grelles Blau bespickt mit Magenta das höchste der EGA-Gefühle waren. Was einem zu Beginn etwas abschrecken könnte ist vielleicht das Interface. Ein Menü jagt das andere, mit jeweils unterschiedlichen Auswahloptionen und Untermenüs, was vor allem einem dann erschlagen könnte, wenn man sich selbst einen Spieldurchlauf zusammenflicken möchte, inklusive der Wahl des Charakters und spezifischen Ereigniskarten und Szenerie-Modifikatoren, um nicht ständig ein quasi vorgefertigtes Abenteuer zu spielen. Allerdings muss die Erstell-dir-dein-eigenes-Adventure-Option erstmal freigespielt werden. Grundsätzlich gilt es in einem jeden Spieldurchlauf fünf Kurzgeschichten zu überstehen, die sich in einem Küstendorf im Japan der 80er Jahre abspielen. Allerdings ist das nicht ganz so einfach. Die Bewohner und auch das Dorf verfallen langsam dem Wahnsinn. Menschen, die schon längst nichts Menschliches an sich haben, werden euch mit ihren eiternden Wunden das Leben schwer machen, während euch Imbissbuden leckere Suppen mit menschlichen Aukäpfeln servieren. Die Aufgabe des Spielers ist es nun alle Fälle möglichst schnell und möglichst vollständig zu lösen, um am Ende mit einem Ritual die Welt vor der kompletten Verdammnis zu erretten. Das ist allerdings einfacher gesagt als getan. Denn erstens kann man schon bei den Ermittlungen in den rundenbasierten Kämpfen ganz schnell über den Jordan gehen. Oder man verfällt dem Wahnsinn und landet in der Klapse, während draußen entweder die Bewohner komplett den Massenwahn verfallen, oder der große alte Gott aus den Tiefen des Meeres aufsteigt, was jedes Mal zu einem vorzeitigen Spielende führen kann. Die Zeit tickt und mit fast jeder Aktion kommt der Untergang mit riesigen Schritten beinahe unaufhaltsam näher, während im Hintergrund ein absolut charmanter Chip-Tune-Soundtrack vor sich hin knattert und dudelt. Das alles kann einem wie gesagt zu Beginn komplett erschlagen, denn auch wenn World of Horror wie ein wild zusammengeklebtes Ding mittels Apple-Hypercard zu sein scheint, also dasselbe Programm mit dem man das sagenhafte Myst erstellte, versteckt sich unter der Haube ein teils leicht kompliziertes Inventar-Verwaltungssystem mit zahlreichen Objekten und Zaubersprüchen, ein rundenbasiertes Kampfsystem, das mehr Knöpfe hat als euer getreuer Taschenrechner, samt der Verwaltung eurer Begleiter, was alleine schon ein Gefühl von Ohnmacht erzeugen könnte. Damit einem der Einstieg etwas leichter fällt, bietet das Spiel ein relativ kurzes Tutorial an, das ich euch unbedingt empfehle zu spielen. Der Fall dreht sich um die urbane Legende der Scherenfrau, die einem das Gesicht aufschneidet, wenn man ihr nicht bestätigt, dass sie die schönste Maid auf der Erdkartoffel ist. Man durchforstet die örtliche Highschool nach Hinweisen der bereits ermordeten Schüler und sucht gleichzeitig nach Objekten für ein Ritual, um die grenzdebile Ische für immer in ihre eigene Dimension zu verbannen. Dieser Fall wird euch im Laufe des Spiels vielleicht noch einmal begegnen, allerdings in einer längeren Form. Insgesamt bietet das Spiel 26 verschiedene Fälle, die bei einem jeden neuen Spieldurchgang bunt gemischt werden und jedes Mal ein anderes Spielerlebnis bieten. Es wird also eine Zeit dauern, bis man auch noch jeden Fall gelöst hat. Wobei einige Fälle verschiedene Spielausgänge bieten. Je nachdem wie gut man drauf ist, kann man einen Durchgang auch schon unter einer Stunde erfolgreich abschließen. Aber trotzdem kann es vorkommen, dass man noch nach vier Stunden das Gamepad nicht aus der Hand legen möchte. Zu diesem Zeitpunkt ist man schon zu tief in World of Horror eingedrungen und wenn man sich erinnert, dass man im Ofen eigentlich noch eine Pizza hatte, ist es bereits zu spät. Im Gegensatz zum aktuellen Trend, dass Spiele immer bessere Grafiken mit noch mehr Lichteffekten und Pipapo auf den Bildschirm bringen müssen, nur damit sich die Leute von heute darauf einen runterholen können, schlägt World of Horror den komplett gegenteiligen Weg ein. Wer eine tolle Grafik will, soll aus dem Fenster schauen. Und trotz des ganzen Augenzaubers der Spiele, ist das Gameplay als auch die Story der meisten aktuellen Spiele ohnehin für'n Arsch. World of Horror mangelt es trotz des 1-Bit-2-Bit-Deals ganz und gar nicht an Ausdruckskraft oder Gruseligkeit. Es ist erstaunlich, wie man mit MS Paint so liebevoll gezeichneten Monstern und unerwarteten visuellen Details mit sehr viel Tiefe erstellen konnte. Man trifft auf Menschen, dessen Gesicht schmelzen oder voller Maden ist, das Fleisch schält sich langsam von ihren Körpern, oder man sieht sie als aufgeblähte Wasserleichen. Dann gibt es absurde Monster wie ein fleischiges Ding in einem Glasbehälter, das versuchen wird, euren Geist zu kontrollieren. Nach dem Kampf gegen das Ding hab ich es übrigens für einen kleinen Energieschub aufgegessen. So kann es auch definitiv keinen Schaden mehr anrichten. Aber selbst der eigene Charakter erleidet sichtbare Schnittwunden, die im Charakterporträt dauerhaft sichtbar werden. Gebrochene Rippen und auch psychische Schäden verschaffen einem einen Statuseffekt, der langsam aber sicher euer Ende bedeuten kann, wenn man nicht schleunigst etwas dagegen unternimmt. Heiße Bäder können übrigens Wunder wirken. Nicht, dass man danach komplett geheilt ist, aber man wird den nächsten Fall vielleicht wenigstens mit Ach und Krach überstehen, anstatt vorzeitig ins Gras zu beißen oder dem Wahnsinn zu verfallen. Jeder Fall beginnt im Prinzip immer gleich. Man startet in der eigenen Wohnung und bereitet sich mit einem Bad emotional auf das nächste Szenario vor. Auch wenn man in den eigenen vier Wänden sicher ist, macht einem das Spiel ganz eindeutig klar, dass man niemals alleine ist und das Spähen durch den Türspionen verpasst einem jedes Mal ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Im Arbeitszimmer findet man eine Auswahl der verfügbaren Fälle an die Wand gepinnt, die jedes Mal rein zufällig ausgewählt werden und auch in beliebiger Reihenfolge gespielt werden können. Hat man am Ende einen Fall erledigt, findet man in seinem Briefkasten einen Schlüssel, der seinerseits jeweils ein Schloss des Leuchtturns öffnet, in dem dann das große Finale stattfindet. Und nach einem jeden Ende eines Falls schreitet mit mächtigen Schritten auch die Verdammnis voran, die nicht nur grafisch alles düster erscheinen lässt, sondern auch einige Nebenwirkungen mit sich bringt. So kann es sein, dass der putzige Händler seinen Laden dicht macht und euch nicht mehr mit bitternötigen Gegenständen versorgt, oder die Finsternis lässt das Wasser in eine schwarze ölige Masse verwandeln, womit man am Ende nicht mal mehr ein heißes Bad nehmen kann. Das Tolle ist, dass nicht jeder Fall für sich alleine betrachtet wird, sondern der Durchgang als Ganzes zählt. Statuseffekte und aufgesammelte Objekte werden euch das gesamte Spiel über begleiten. Und apropos Begleitung. Da die Ausgeburt der Hölle, die sich über die Stadt legt, für eine Person zu gefährlich ist, kann man sich auf dem Schulhof nicht nur nach den neuesten Gerüchten umhören, sondern man trifft dort auch potenzielle Mitstreiter, die euch im Kampf unterstützen werden. Manchmal schließt sich euch während einer Mission eine Person an, aber das passiert eher selten. In einem jeden Szenario wird man nun bestimmte Orte der Stadt untersuchen und kommt so nicht nur in der Schule, im Stadtzentrum oder an der Küste vorbei, sondern darf sich auch im Wald verirren, oder einem alten Herrenhaus einen Besuch abstatten. Die verschiedenen Orte werden praktischerweise mittels kleinen Quadraten am unteren Rand dargestellt. In der Regel klickt man auf den Ort und der Charakter wird dann mit oder ohne seinen Begleitern den aktuellen Ort automatisch nach Hinweisen absuchen. Der Spieler wartet dann auf ein zufälliges Ereignis, das dann zur Interaktion auffordert. Es kann vorkommen, dass manchmal eine Antwortmöglichkeit nicht verfügbar ist, da man vielleicht blöderweise einen benötigten Gegenstand nicht zuvor schon mal eingesammelt hat. Wie gesagt muss der Gegenstand oder der Zauber nicht im aktuellen Fall aufgenommen werden, sondern vielleicht hat man ihn schon in einem früheren Fall vergessen. Ärgerlich wird es dann, wenn man in einem späteren Fall genau den Gegenstand oder Statuseffekt erhält, den man vorher schon nötig hatte. Aber auch das bereichert das Spiel so sehr, wenn man auf eine akribische Art und Weise vielleicht später komplett anders an die Fälle herangehen wird, um mit ein wenig Glück und Verstand das beste Ende zu erzielen. Zu den zufälligen Ereignissen gehören natürlich auch Kämpfe gegen die erwähnten Monster. Nebst einem vielleicht obligatorischen Bosskampf am Ende einer Mission. Der Kampf ist so einfach wie er auch kompliziert ist. Man erhält eine Reihe an Möglichkeiten, wie das klassische Angreifen, Verteidigen, Ausweichen und das Wirken von Zaubern, oder auch das Ausführen eines gemeinsamen Angriff mit seinen Begleitern. Möchte man eine bestimmte Waffe benutzen, wie etwa einen Baseballschläger oder diverse Messer, muss man sie vorher seinem Charakter anlegen, denn während des Kampfes wird man dazu keine Zeit erhalten. Der Kampf läuft wie erwähnt rundenbasierend ab, wobei man für einen Angriff eine Statusanzeige mit seinen stapelbaren Aktionen füllt, um dann den Zug auszuführen und zu beenden. Wie in einem jeden Rollenspiel wird man auch einige Objekte finden, mit denen man einen Status-Buff erhält und falls man kurz vorm Abnibbeln ist, kann man natürlich auch Heilgegenstände einnehmen. Auch wenn auch hier einem das Menü beinahe erschlägt, kann man doch ziemlich leicht eine Taktik finden, die für einen funktioniert. Und wenn nicht, dann vielleicht im nächsten Durchgang. Es gibt im Prinzip nur zwei wichtige Statuseffekte, auf die man ein Auge werfen sollte. Ausdauer und Vernunft. Man kann auch im Level aufsteigen und alles auf seine Stärke oder den anderen typischen Kram setzen, wenn man aber nicht Ausdauer und Vernunft auf einem stabilen Level hält, kann das Spiel auch schon binnen 5 Minuten zu Ende sein. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass man so schlau wie ein Gemüsebrühewürfel ist, sondern weil World of Horror einem mitunter fies in die Karten spielt, beziehungsweise Karten austeilt, die sich negativ auf euren Status auswirken. Auf der anderen Seite, gerade wenn man sich seine eigene Geschichte mit dem Editor zusammenstellt, oder beim Levelaufstieg, kann man selbst auf ein Deck aus Karten zugreifen und diejenige auswählen, mit der man erhofft im Folgenden einen Vorteil zu erhalten. Und dank der Unvorhersehbarkeit kann man sich einfach nicht sicher fühlen. Zu schnell hat man sich irgendeinen Fluch oder eine Krankheit eingefangen, die einem täglich größere und neue Löcher in den Leib reißen werden und unheilbar an der ohnehin schon geringen Ausdauer knabbern, bis man am Ende unrettbar ins Gras beißen wird. Und beim nächsten Mal findet man ein unscheinbares Stofftier, das alle Flüche heilt. Wie erwähnt ist ein Spieldurchlauf manchmal relativ kurz, aber allein die beinahe unendliche Kombinierbarkeit der Fälle, wie man an die Fälle herangeht und zufällige Ereignisse, die meist nur negative Effekte auf den Spielverlauf haben, macht World of Horror so unfassbar fantastisch. Der Wert der Widerspielbarkeit ist quasi unendlich hoch, da jeder Durchgang vielleicht nur marginal dem vorherigen gleicht. Manchmal fliegt man durch die Story ohne Probleme und manchmal hasst einem das Spiel so sehr, dass man zu Beginn schon absolut keine Chance hat. Jede Aktion bringt einem die Verdammnis immer einen Schritt näher. Es gibt zwar wiederum Zauber, die die Verdammnis ein wenig aufhalten, aber dann verliert man Ausdauer. World of Horror ist ein Drahtseilakt und eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich will jetzt gar nicht großartig auf die Grafik eingehen. Es gibt jedenfalls einige Pseudo-Retro-Spiele, die die ganze Pixel-Ästhetik überhaupt nicht gut auf die Kette bekommen, um es mal freundlich auszudrücken. World of Horror hingegen schafft es fast perfekt, den Flair des 1986 für Mac veröffentlichte Schwarz-Weiß-Adventure anenweitet einzufangen und bohrt es gleichzeitig mit den Verbesserungen moderner Technologie auf. Bei all der Informationsflut und dem Mangel an Texturen und seltsamen Farbkombinationen ist es manchmal schwierig, den Bildschirm bzw. die Benutzeroberfläche zu analysieren. Die Menge der angezeigten kleinen Kästchen und Optionen kann überwältigend sein, insbesondere wenn man auf die schreckliche Idee kommt, das Spiel auf der Switch im Handheld-Modus zu zocken. Aber die Summe aller Teile und die allgemeine Verwirrung auch des sehr konfusen User-Interface fügen dem Horrorspiel nochmals eine interessante Ebene der Angst hinzu, die zum Aufbau der Atmosphäre beiträgt. Und natürlich leistet auch der minimale Chiptune-Soundtrack und die gelegentlichen Effekte, die die teils absurd gruseligen und grotesken Kunstwerke begleiten, einen großen Beitrag. Wenn man weiß, worauf man sich einlässt, der wird mit World of Horror ein wunderbares Erlebnis haben, da es beinahe perfekt den kosmischen Horror der klassischen Love-Kräftwerke einfängt und sie mittels einem von Janji Ito inspirierten Stil auch optisch begreifbar macht. Es ist ein bemerkenswertes Horrorspiel mit vielen schönen und sehr schönen sehr bösen Facetten und man wird wohl unzählige Stunden in der kleinen Horrorwelt verbrädern, um auch den letzten Rest zu entdecken. Man darf sich eben nicht von seiner minimalistischen Art abschrecken lassen, denn unter der Haube verbirgt sich ein zutiefst intensiver Horror für die ganze Familie. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala sacrificing Verbreeter wird von seinem personal ist jetzt Zeit und er will uns drehen, wie in deinem Kawpte starch großartig ein Bis zum nächsten Mal.